Wir schleichen uns hinten raus. Diese Scheiße. Schau doch die Schuhe! Du musst anwachsen! Äh, das war jetzt auf jeden Fall nicht der Plan. Mein. Run! Die Schrauben auf jeden Fall, wenn was ich... Die Schrauben hat sich nicht zum Beispiel ausgedrückt! Die Schrauben haben mit dabei eingeklemmt. Ein Schrauben oder einen Schrauben haben sie nicht. Ich hab dich auf jeden Fall nicht angremmt. Also haben wir einen Schrauben. Geh dich mal. Das war schon für dich. Sie haben ihn. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Oh Mann, Bill! Das ist nix, Alter! Hilfe! Joel! Bill! 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 Schaff mir dieses Arschloch vom Hals! Bill! 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 Oh shit! Excuse me, Mr. Bloater, aber fassen Sie mich doch nicht so an die Zähne, das macht nur mein Zahnarzt. Du musst aufpassen! Oh, ich kann nichts bauen, okay. Oh shit, Mr. Bloater! Hey, 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 hey! Oh, ja, 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 ja! I dodged it. Oh, komm auf! Mein Gott, du warst doch einen halben Kilometer weit weg! Hör doch auf! Wie willst du die Scheiße denn schon wieder erzählen? Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Verschwinde da! 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 Bist du tot? Brüder Sau, ey. Kein Problem. Loki, danke schön für 28 Monate. Willkommen zurück. Das habe ich gerne gemacht, Chat. Ich habe euch gerettet vor einer chemischen Bombe. Und ich rede nicht von dem Furz, von demjenigen auf dem Rücksitz. Seht ihr gerade, es ist ein E-Guy? Es ist E-Guy, hallo. Hola. Verdammte Scheiße. Oh, Scheiße. Okay, okay. Oh, ich hasse diese Dinger. Ja, ihr zwei steht ja auch da oben und macht nichts. Natürlich hasst ihr die Dinger. Was ist mit mir? Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier. Ah ja, finally. Auf schwer, Niklas. Spiel hat die ganze Arbeit gemacht. Ah ja. Hier lang! Wo denn? Wir sind leicht gebeutet. Hier ist noch eine Leite. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Schnell, John. Ich will doch bloß die Leiter hochkennen. Ich will den jetzt hier. Leiter hoch. Die sind zu doof. Die können das nicht gleich mal machen. Jawohl. Jawohl. Ein, jetzt raus. Los. Ey, Bill, das erste Mal, dass du was Gutes getan hast. Na, das lief ja toll. Spitze, Bill. Okay, ähm, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Bill? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C. Komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann sich den Job ganz tief in ihren. Lass dir fällig Tess da raus. Ganz tief in ihren. Scheiße. Geht's etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrüttel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier. Und. Er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also. Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Okay. Ladies and Gentlemen. Der Trevi braucht eine Schiebung. Oh. Oh, hey, hey. Hey, 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 hey. Ruhig, ruhig, ruhig. Also, hallo. Du hast mein Zeug geklaut und bist weg. Du sollst das auswischen. Hier geht schon bestimmt noch was. Gute Idee. Na, verscheid, wenn wir anfangen können. Ich lass es dich wissen. Bagger, hier ist nicht nur ein bisschen was. Hier ist alles, Junge. Ich weiß nicht, ob das ein großer Unterschied macht. Niklas, kann ich dir nicht sagen, du. Also, ich habe schon auf Erbarmungslos gespielt. Das ist wirklich Erbarmungslos. Das ist Erbarmungslos. Das schiebt dir das Ding aber ganz trocken hinten rein. Das ist doch kein Schalter. Okay, Bill, dann los. Okay. Das ist doch kein Schalter. Das ist doch kein Schalter. Das ist doch kein Schalter. Ich weiß, ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt, jetzt, gib Gas. Gib Gas. Hey, ganz toll, Kleine. Die andere Seite, links. Oh, Mist. Das ist doch vorbei. Nichts. Mann, Joel, du lauf doch los, wenn ich sag, du sollst laufen. Du sollst nicht immer gucken. Schieb, Alter. Leute, die andere Seite, links. Schnauze. Schnauze, ich gesagt. Ruhe. Halt, ich muss jetzt nachladen. Okay, das war's. Zurück zum Drack. Ellie, bitte. Lass an den Laut. Wir sind zu langsam. Wir sind zu langsam, ja, Ellie. Geh rein, nicht schneller. Wir schieben ihn auf die Kugel. Jetzt rollt er von alleine. Komm, der rollt er von alleine. Da ist doch schon Gefälle. Das seh ich doch. Hey, das war's vorbei. Rest zu Hause. Oh, nee, 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 nee Was auf mir! Geh da, die Verraut! Will, 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 sorry, aber, ey, hier ist ein Stein. Steine sind heilig. Uh oh. Was ist das? Au! Will! Mensch, die Pfeife! Oh Gott, shit! Die Pfeife! Oh Gott! Shit, Will! Elli! Elli! Elli, ich bin da! Oh, hinter mir, oh Gott, nein, aber! Okay, uh, you know, I'm coming. Bill! Bill, do your thing! Bill! Bagger! Die muss auf den Hügel! Bagger! Ich scheiß die Brache, Alter! Du, wo lagst du noch Munition? Bill! Bill, ey! Was mir ist den Tag versaut? Das weißt du, Joel, hm? Du bist uns bald wieder los, Bill. Die andere Seite! Ja! 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 Okay, Ellie! Ja! Ich muss auf den Hügeln. Okay, Ellie, halt dich bereit. Okay, Ellie, jetzt starten. Wie hört sich das an, Bill? Ja, und die Infizierten hören das auch. Wir müssten in den Truck. Bill! Gib Gas! Oh Gott, sorry. So kann man auch konzentrieren, das stimmt, ja. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Hier, habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Um zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bill, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quäht? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Dann warlight. Dann wofür ihr. Wirklich zuhör. Wirklich zuhör. Wirklich zuhör. Wirklich zuhör. Wirklich zuhör. Oh Mann! Wo hast du das denn her? Was hast du noch? Na, ähm... Hier. Na, weckt das Erinnerung? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Na, besser als nichts. Oh. Das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow! Wie... Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Lust, tu das weg jetzt! Schatz mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann! Ach. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay? Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Na ja. Scheiß drauf. Wir gehen zu Fuß. Warten Sonn? Jetzt. Jetzt. Vorsicht! Oh nein. Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Oh, und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Oh, Lord, wenn du mich hörst... Mir geht's gut, mir geht's gut. Komm raus, schnell. Lass mich los, du blöder Sack. Lass mich los, du blöder Sack. Lass mich los, du hast doch wohl nicht mehr alle Lass am Zaun, oder was? Lass doch mal das Kind in Ruhe. Verdammt nochmal. Was ist bloß los mit denen? Atme durch. Los gehen wir. Achtung! Bleib unten. Bede ölsen. Bede ölsen. Bede ölsen. Bede ölsen. Gebt mir deinen Knüppel, gib mir deinen Knüppel, gib mir deinen Knüppel, okay warte, ha gedodged, oh shit, warte, was, warum springt der auch aus dem Fenster? Warum hüpft der aus dem Fenster die Sau, ey? Oh, warte, Schläge auf dem Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen, oh, oh, hinter mir auf den Kopf! Oh, shit, aua, aua, au, Ellie, are you safe? Hey, chill! What? Er ist da drüben! Oh Gott, oh Gott, nein, ey! Komm her! Komm wo ich her! Komm wo ich her! Ja, ja! Oh Mann! Oh Mann! Oh, push, 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 push! Push! Was ist du, Mann? Mach los! Soch drei Gifte Art Tier 1, 16, 1972. They have given 203 Gifte Subs in the channel. Push, 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 push! Dodge! Push! Dodge! Ausdruck! Ellie! Okay, ich glaube, das war der Letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Zeh dich um und such nach was Nützlichem. Zubefehl. Hier, nimm das. Was denn? Oh, ehrlich! Aber hier muss doch trotzdem noch einer sein, oder? Sogge, danke schön, dass du Hosslein zugesteckt hast, Maga. Nagelbombe kann ich nicht bauen. Keine Utensilien aktuell für irgendwas. Das muss einen besseren Ausweg geben. Nee, ich kaufe eine Nagelbombe. Nee, ich habe keine Nagelbombe. Äh, wo denn, Ellie? Ah, hier. Na los! Aus de Beine, Joel. Nicht aus dem Rücken, aus de Beine. Okay, jetzt versuch es, mit irgendwas aufzuhebeln. Ähm, hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Joel! Gut. Okay, los! Okay, es geht schon. Das ist jetzt nicht unbedingt der Scheiß, den ich finden wollte. Der Rauchbombe. Aber, man soll ja nicht undankbar sein, ne? Man soll ja nicht undankbar sein. Woher lustest du's? Was denn? Was mit dem Überfall? Ich kenne beide Seiten. Oh. Und, äh, bringst du viele Unschuldige um? Klar! Das heißt dann wohl ja. Verstehe es, wie du willst. Hier schlafen diese Typen wohl. Na ja. Jetzt nicht mehr. So. Können wir denn jetzt basteln? 173 Punkte haben wir. Level 2. Die Schrotflinte ist eigentlich ganz nett. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020